Der Lurianer Morn ist eine der beliebtesten Nebenfiguren in der Science-Fiction-Serie Star Trek Deep Space Nine. Er ist Stammgast in Quark's Bar und sorgt immer wieder für einen Running Gag. Denn Morn gilt als äußerst gesprächig, sagt aber in den rund 90 Folgen, in denen er vorkommt, nicht ein einziges Wort. Ganz im Gegenteil zu seinem Darsteller Mark Allen Shepard. Der Schauspieler war im Juni 2019 zu Gast im Astor Grand Cinema in Hannover, wo die Dokumentation What We Left Behind Looking Back at Star Trek Deep Space Nine gezeigt wurde. Wir haben ihn dort zum Interview getroffen. Hallo Mark, vielleicht kannst du erst mal erzählen, jetzt so aus dem Rückblick, was hat dir denn so deine Arbeit an Deep Space Nine bedeutet? Das Bedeutung von meiner Arbeit an Deep Space Nine ist ein besonderes Ding, das ich in einem Moment, in einem Satz nicht 100% komplett sagen kann, weil ich fühle mich sehr, sehr stolz und auch froh, dass ich so ein besonderes, das war fasziniert, das war interessant. Es ist praktisch jeden Tag, dass ich mich erinnere, was ich in den letzten über 20 Jahren gemacht habe. Es ist 20 Jahre seit, dass ich die letzte Mal plus sieben Jahre. Und ich hätte nie in meinem ganzen Leben angedacht, dass ich arbeite für so eine Schau wie Star Trek Deep Space Nine, und das 20 Jahre später, dass ich habe, so viele Leute das andenken und das ist wunderschön und das ist auch sehr, sehr besonderes für mich. Und ich glaube schon, dass mein ganzes Leben, das ich will, andenken und genießen und Spaß. Und es ist die Zukunft, was ich für eine Zukunft habe, das will immer ein Schatz, das ich kann immer in meiner Tasche haben und will immer sehr stolz und erfreut davon. Und dein Charakter Morn war ja sehr schnell sehr, sehr beliebt in der Serie, obwohl er ist ja bekannt als Plappermaul, aber sagt in keiner Folge auch nur ein Wort. Was glaubst du, warum ist er bei den Leuten so beliebt? Ja, das ist das, was ich keine Ahnung habe. Morns Charakter, er spricht nicht in Worte, er spricht mit Korpussprache, er spricht mit Augen, er spricht mit einer Wahrheit, dass man nicht sprechen kann in Worte nur durch, was einfach so ist und das ist ein Ding, was man natürlich mag. Und was glaubst du generell, warum die Serie, also Star Trek, Deep Space Nine auch jetzt nach so vielen Jahren immer noch so beliebt ist bei vielen Menschen? Also was glaubst du, was da so diese Faszination ist? Ich denke schon, dass jede Person, das hat Deep Space Nine oder eine Charakter oder viele Charakter von Deep Space Nine geliebt, und dass diese Seite von Deep Space Nine, die Erfahrung von Deep Space Nine, war eine, hat eine persönliche Erfahrung für jeden Mensch. Und ich kann nicht sagen, was das ist so genau. Ich weiß nur, dass das, dass viele Leute haben so eine Erfahrung und ich glaube und ich freue mich sehr. Ich weiß nur, dass das, was 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 Untertitelung des ZDF, 2020